Praktisch! 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 Was geht? Youtube! Michelle, du nimmst dein ganzen Tisch! Nee, nee! Bist du bereit? Nee! Hot! Hot! Du kommst mir vor, wie so ein kleines Fan-Girl! Hey, meine Damen und Herren! Ich will dir die Michelle dabei! Vielleicht nehme ich auch aus meinen Snaps! Meinen wundervollen Snaps! Wundervoll! Wer Michelle nicht kennt... Ist nicht schlimm, Michelle, muss man nicht kennen! Hier! Du siehst brauner aus als ich! Ich bin auch brauner! Halt die... Michelle ist eine... Meine... Eine... Eine... Eine Freundin... Ja, eigentlich sind wir schon seit drei Jahren zusammen! Einmal nach dem Video dachte ich mir, schmink mal die Michelle! Falls ihr der Michelle noch nicht auf Instagram folgt... Macht ihr wahrscheinlich auch nicht! Macht ihr vielleicht noch nicht? Noch nicht! Hier ist ihr Instagram-Name, checkt auf jeden Fall die Instagram-Kontakte! Falls ihr die Michelle öfter so meine Videos sehen wollt, dann gebt ihr mich auf jeden Fall einen Daumen nach oben! Oder gebt uns einfach einen Daumen nach oben, weil ich euch gesagt habe, dass ihr mir einen Daumen nach oben geben wollt! Ja, ihr müsst! Ihr müsst uns einen Daumen nach oben geben, oder? Achso! Nee, das war's! Schmink bitte! Nein, du siehst echt gut aus! Ich bin jetzt schon überfordert! Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt erst am Anfang so... Also wenn du's nicht lesen kannst, kannst du mich fragen, was draufsteht! Michelle, ich seh die Ferne nicht! Ich kann schon lesen, was sie gerade draufstehen! Leute, schreibt bitte in die Kommentare, dass Michelle gut aussieht ohne Make-up, so zuhlt sie sich erst nicht, okay? Und folgt ihr nochmal auf Instagram! Thank you! Ich darf jetzt auch nicht sagen, was richtig und falsch ist! Das ist nur meine YouTube... Achso, nee! Wenn John versucht, ein Beauty-Blogger zu sein! Das ist schon der Worte! Das fokussiert nicht! Ja, ich hab nicht so eine fancy Kamera gemacht! So Leute, das ist hier ein... Make-up! Ich brauche aber nicht so viel, ne? Mach mal nicht so viel drauf! Wunderpunkt! Wieso ein Scheiß-Pickel? So, dann machen wir den! Ja! Das ist schon falsch! Hast du das Gefühl, dass du da ein bisschen mehr Make-up brauchst? Ich fühl mich so ertappt! Warum ertappt? Ich glaub, du hast mich noch nie so genau angeguckt! Okay, Concealer! Nee, das ist nicht dafür! Ich tut mir leider den ganzen Make-up-Bug... Ich mache irgendwas falsch! Guck mich mal an! Ich finde, du siehst schon aus wie Kylie Jenner! Das und das ist das Gleiche, quasi! Und warum machst du dann zwei Sachen? Ja, ich... gern das Doppel-Shirt! Okay, Leute, was ist das?! Was ist das?! Ich hab gewartet! Na! Primer! Was bedeutet Primer, John? Primer-Base! Und was ist ne Base? Wo macht man ne Base hin? Keine Ahnung, für was eine Base ist! Ich glaub, das macht man so in die Augen vor! Ne, macht man! Doch, macht man! Also, das ist das Highlight! Ich bin jetzt gebased! Komm mal her! Über mein Make-up! Ey, die macht grad irgendwas! Über... Oh, yes! Bitte mach's nur auf einer Stelle! Hahaha! Ich hab keinen Ahmen, was das ist! I don't know! Ich finde, es sieht aus wie ein Tabak-Schachtel! Make-up und Kudex-Post brauchen wir auch nochmal, oder? Ich weiß es nicht! Achso! Eigentlich ist da unten wo dann Spaß! Ey, so schlimm sieht das nicht aus! Oh, ich hab's kaputt gemacht! Was? Das ist hier grad wie Matte oder so! Ich fühl mich grad wie Matte und ich war ja Scham! Das ist hart! Okay, ich nutze jetzt das da, das ist... Eyebrow! Das ist Eyebrow! Hahaha! Ich merb schon, dass das schon halt so passiert! Hahaha! Ey, ich mach's doch ernst! Was machst du? Die Augenbrauen sind angesagt! Ey, ich find das sieht gar nicht so schlecht aus! Ich mach kurz die Monobrauer weg, ja! Ja, okay! Fossgleich ist von... Essence! Essence! Heißt das nicht so? Keine Ahnung! Hahaha! Jetzt machen die Augen zu! Nein! Dann, das ist nicht so! Sei still! Du hast ja schon hier! Lashes! Ja, Lashes! Achso, ja! Ich dachte, du bist das da oben dran! Hatte ich nicht vor... Vielleicht hat dies vor... Hahaha! 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 Okay! Ey! Alter! Lass bei uns! Warte! Die nächste Warte! 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 Ich hätte niemals gedacht, dass das so schwer ist! Würdest du den Leuten keine Augen zeigen? Jetzt bin ich assüberfordert! Was ist das? Das? Und das? I don't know! Mach mal so! Das ist aus wie ein China Jury! Mhm! Es war nicht meine Absicht, dich hässlich zu machen! Aber ich weiß nicht, was ich mach! Alles gut! Aha! Mach bitte noch ein bisschen mehr! Hahaha! Hashtag no make-up! Hashtag no make-up! Hashtag no make-up! Das ist echt hässlich! Das ist nicht hässlich! Du bist wunderschön! Ah! Wie praktisch ist das für so ein Pinsel normal? Praktisch! 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 Hahaha! Aber das war jetzt voll hässlich! Hahaha! Guckst du da rein? Ja, ist nicht richtig! Nee, weil du eigentlich hier reinschauen musst! Stopp! Hast du das ganze Video über da reingeschaut? Michelle! Wir tragen jetzt einen braun, ähm, Lidschattenpuder. Leg jetzt auf! Hahaha! 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 Was mach ich eigentlich mit am Auge? Genau! Mach's an! Warte mal an! Hahaha! Rrrr! Hahaha! Ah! Guckst! Doch! Das machst du! Das ist das Contouring! Ich hab doch nicht mit Lidschatten! Pst! Doch! Warte! Okay, ich nehm jetzt dieses helle... Den hellen Lidschatten und trag es auf... Hm... Den Lidstrich... Lidstrich... Auf! Es ist... Das ist so... Das macht man so... Auf die Lippe! Na? Heißt das? Lippliner! Was hab ich getan? Hahaha! Jetzt kann der Engineering schon die Lippen machen! Hahaha! Du... Was ist das? Hahaha! Hahaha! Du siehst aus, aber... Leute, welche Farbe soll ich picken? Schreibt's in die Kommentare! Schöne Farbe, Bruder! Du kaufen... Schöne Farbe! Du kaufen... Schöne Farbe! Gut für dich! Gut für dich! Dein Make-up soll natürlich aussehen! Wir nehmen was natürliches! Hahaha! Hahahaha! Ja... Contra... Lippweiser... Also... Komm, mach mal ein bisschen Farbe! Ja, aber wir haben ja... Wir haben ja noch keine Farbe! Hast du noch zum Finish-Look nehmen wir so einen Setting-Powder? Also einen Pinsel ohne Setting-Powder? So, Leute! Ich bin fertig mit meinem Make-up! Wir zoomen mal kurz in ihr Gesicht! Du musst dich nicht vorrücken, Schatz! Dafür gibt's... Hahaha! Wow! Dann muss ich vielleicht mal ein bisschen Farbe nehmen! Ah! Lippeig die sind! Leicht eskaliert! Okay! So, Leute! Das war's auch schon mit unserem Video! Michelle, du siehst... On... Leak aus! Josse! Fucking hot, people! Fucking hot, Michelle! Falls euch das Video gefallen hat und falls ihr mal ein Video sehen wollt, wie Michelle mich schminkt... Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare! Oder gebt dem Video einen Daumen nach oben! Falls euch das Video gefallen hat... Und das hat es! Und falls ihr mehr Videos sehen wollt... Und das wollt ihr! Dann könnt ihr jetzt gerne den Post aus meinem Kanal abonnieren! Oder den Video einfach einen Daumen nach oben geben! Was sollen sie tun, Michelle? Abonniert hat's YouTube-Kanal! Do it! Kostenlos! Kostenlos! Nein! Fui! Hahaha! Leute, ganz kurz! Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ich's eigentlich gut gemacht hab oder nicht! Und Hut ab, dass du in meinem Video mitgespielt hast! Nicht jeder will sich das trauen! Ja! Folgt Michelle auf jeden Fall auf Instagram! Ihr habt's verdient! Schaut's euch an! Ja, schaut mich an! Ich bin nur süß! Hahaha! Tschüss! So, dann damit geht's an, dass du lieber bist! Irgendwann, meine Kleinen! Irgendwann! Pechitas! 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 Bye! 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 Bye!